Liebe Christiane, wir sind hier heute hier, weil du Geburtstag hast. Und ich möchte dir, im Namen der Parteileitung, alles Gute wünschen und der Korb. Wirklich. Das ist lieb von euch. Dankeschön. Klapprad, Rosenthaler Kadaka, Mockerfixgold, Globusgröner Erbsen. Die Kollegen und die Genossen von der POS Werner Seelenbinder, die möchten ihren besonderen Dank aussprechen für all die Jahre, Christiane, die du für sie als gute Kollegin und liebe Genossen warst. Und ich wünsche dir jedenfalls alles Gute zum Geburtstag. Und bleib, wie du bist, Christiane. Liebe Genossin Kerner, alles Erdenkliche Gute und Gesundheit und dass alles wieder so wird, wie es mal war. Lara, komm mal hier. Das hier ist Lara, eine Schwesternschülerin aus der SU. Ihr Papa ist Lehrer für Taubstumme. Heirate ihn bloß nicht zu früh. Mama. Na ja, auch wenn das dann mit der Wohnung eher klappt. Mein Alex kann ein ganz schöner Sturkopf sein. Und Rainer, das ist der neue Freund von meiner Ariane. Er, er arbeitet als, ähm... Dispatcher. Genau, ich bin Dispatcher. Ich war selber mal bei den... Herzliches Glück auf, Pioniere. Ich war selber mal bei den freien deutschen Pionieren. Danke, Rainer. Als Gruppen... äh... Gau... Gruppenvorstand. Früher. Dankeschön, ha? Seid bereit, seid bereit. Danke, Rainer. Ja, Mama. Ja, Mama. Wieder ist ein Jahr rum. Was hat sich verändert? Eigentlich nicht viel. Paula hat ihre Zähne bekommen. Und einen neuen Papa. Und ich... Ja. Wir können heute leider nicht rübergehen ins Café Moskau, um auf dich anzustoßen. Aber wir sind ja alle zusammen. Und das ist das Wichtigste. Wir haben es hier nicht immer leicht gemacht, aber du warst immer für uns da. Und jedenfalls, mir fällt keine bessere Familie ein als unsere. Und dafür wollte ich dir danken. Mama, du bist die beste Mutter auf der Welt. Alex? Und wir lieben dich alle. Alex? Was ist denn? Was'n das? Was hat sich verändert? Nein. Hoher hat die erstene. Dann wird das. Zu Ende. Untertitelung des ZDF, 2020